Wir lassen dich, ja, ja. Demon? Ja, ich starte ja schon. Kein Stress. Ich werde gerade wieder wach, quasi. Boah. Ich habe weniger Stress, als dass ich Probleme habe. Simulation commencing. Ich werde gerade überhaupt erstmal wach. Probleme? Schon wieder gecrasht. Ne, 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 aber ich habe nicht... Also ich habe Vertrauen jetzt hin, gerade die Technik, die Technik. Bäh. Commencing. Ich glaube ich mein Schfänger wegen dem scheiß Essen, ey. Scheiß manchen. Yo. Hi. Wenn von vorne und hinten jemand kommt, das ist unmöglich. Ich hatte schon länger im Visier. Ich war nur nicht ganz sicher, ob du Koi warst oder nicht, und ob ich ein Assozial wäre, weil ich abschließen würde. Aber du bist gelb, gut zu wissen. Das ist Ben dann, ne? In fact, sehr gut zu wissen. LOL, wie kannst du durch... ach ne, das... ja. Das war ich, ich stand hinter dir, Depp. Ach, das ist eine Glaswand. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Fuck you. Das sah nicht aus wie eine Glaswand, ich habe mich halt echt umgebrochen. Du wirst grad wach, in der Tat. Und dann wurde ich auf einmal wirklich getroffen, aber nein, das war Simon. Du wirst grad wach, das ist ein Fakt, ja. Drei Kills in unter 20 Sekunden oder was das da grad war. Ja eben, wenn ich wach bin, funktioniert das nicht. Oder unter 3 Minuten zumindest. Na. Okay. R.I.T.O. Na. Mein Finger tut weh. Warum auch immer. Weil den du intensiv benutzt hast? Kann sein. Kann man eigentlich nicht sein. Will man das wirklich so genau wissen? Wir dominieren uns gerade jeden recht, kann das sein? Hobby schlacht halt mich ab, ich schlachte Con's ab und Con's machts... Gar nix. Zeug. Party in the USA. Okay. Sterben tu ich. Fuck dich. Das hab ich gehört, ja. R. R. Ich hab Angst, 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 ich seh alles rot. Solltest du haben. Ich esse rot. Pass auf. Egal... Ehh... Uhh... Uhh... Hayır... Ahhhhh... Du gesinhst Wego und bekommst frei. Ihr geschmiert weg! illeude. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h's-h-h-h-h-h-h-h-sh-h-h-h-h-h-h-h-h. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Wer denn denn? Er weg. Irgendjemand. Keine Ahnung, wer von euch wer ist. Du wirst doch wohl rot und grün unterscheiden können, oder? Ich bin rot? Okay. Du bist rot, ja. Und ich bin formblind. Es ist Gelb und ich bin Grün. Welcher war der vierte Spieler jetzt? Wissen wir nicht. Wir hatten ja noch nie einen vierten. Ja, oder auch nicht. Alter, diese Scheißpunkte. Auf einmal ist Corby erster. Corby wird wach. Corby ist wach. Ach, sein Confirmed. Und Corby hat einen Granatwerfer. Oder? Ne. Die Blubbelbälle sind... Au. Ja, geil. Leel. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Vergestorben, der Kerl. Was ist los mit mir wieder? Gleich probieren wir das letzte Mal. Eben war es super, aber jetzt ist es echt wieder... Leel. Vorbei. Hi. Es ist einfach wieder vorbei. Ah. Na. Ich will mich da mal verspammen, muss das noch nicht so. Na, na. Ich bin mein Blut übergegangen. Ah, scheiß Haare. Nichts. Da. All abrasieren, ja. Nix da. So. Flieg Leiche. Du flieg auch. Ich war gerade dein erster Kill. Konzert ist peinlich. Ah. Ja. Es ist, äh... Bisschen scheiße gerade wieder. Sag ich ja. Leben war super, jetzt ist es scheiße. Vor allem, ich höre eure Schüsse da gerade. Ja, ab. Und ich hab keine Ahnung wo. Geht krass Action ab. Das war echt super für das Ding. Boah, warte mal. Boah, scheiße. Haare ey. Lange Haare beim Zocken geht überhaupt nicht. Lange Haare generell geht überhaupt nicht. Mein Appel. Boah. Wir haben uns aber auch gerade diesen Tunnel zerballert, ey. Ja. Ja, der ist super dafür. Ach, da wart ihr. Der No Kill Day. Der No Kill Monday. Na, wo seid ihr denn? Na, du? Hat er gewartet auf mich? An der anderen Seite vom Tunnel, ja. Wow. Aber diese Bäume halten einen mega auf. Das ist... Nein. Ja, töte einfach. Alle. Ja, ich war eh fast tot. Keine Sorge. Ach, das kann nicht sein. Ich treff dich sogar noch. Warum verreckst du mich? Weil ich zu beleben habe. Gleich nicht mehr, kannst du mir glauben. Hör mal, Corby, ich stand neben dir. Warum ist der Hundzöger? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich stand ganz dick und fett in diesem grünen Sparknen-Heilfeld drin. Ah, ich hab da nicht hingeguckt. Äh. Weil ich dieses grüne Sparknen-Heilfeld nicht so als... ...begehrenswert erachte. Ah, ja. Das ist sehr begehrenswert für mich. Ah. Snipe. Snipe, indeed. Kannst du versterben? Junge. Kannst du versterben? Ja, genau. Ja, Rückendeckung, ja? Wieso hast du eine Rückendeckung? Kannst du versorgen, jemanden zu snipen? Ja, wenn du nicht auf deinen Rücken achtest, bist du selber schuld. Ach, das ist eher auf deinen Rücken. Alter! Diese blauen Punkte sind der Kinder. Ne? Die sind super. Scheiße. Hast du sie. Weil du umgehen kannst. Was gerade irgendwie nicht, äh, der Fall ist. Alter. Bin ich denn einfach nur... Hi. Und damit hast du wieder gut Level 3. Ja, ich häng nur noch... Level 1 rum. Bin scheiße. Ich bin gleich 2-1. Ach, keine Sorge. Das wird jetzt da unten, dass ich mit der Aker fertig bin. Ich weiß auch nie, wo ihr seid. Ich treff auch nie jemanden. Außer ich bin gerade schon fast am Arsch. Ach, guck mal. Zum Beispiel hier. Alter, kann das denn überhaupt wahr sein? Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Was denn? Ich mein, Konstantin. Was? Du bist scheiße. Warum? Also nicht auf dich achtest. Ja, genau. Ja, hör mal. Du dwindelst in diesem Heilfeld rum. Während ich einfach gestillt da oben drauf stehe. Ja. Selber schuld, wenn ich abschießen lässt, in dem Fall. Schon wieder. Ey, ich bin gerade da hingelaufen. Passend, wo du hinspringst, Junge. Ja. Ja, von wegen Rückengleckung, ne? Ja, das ist mir auch gerade egal. Dann war mir dein Schatz sprichend, ey. Ja, aber schon wieder 2. Ey, verdammte Kacke, das gibt's überhaupt nicht. Ja, da bin ich. Vor allem, ich hab die ganze Zeit dich schießen hören, ich hab aber die Schüssel nicht gesehen, weil ich so zur Seite geguckt hab. Ja. Alter. Nope. Okay. Nicht angehen! Wow. Alter, das war ein Volltreffer. Vielen Dank. Ich bleib halt gleich in der scheiß Ecke stehen, Junge. Ja, ein Schuss übrigens, ne? Das ist 10. Boah, ich muss mich erst mal an diese scheiß Waffe gewöhnen, ey. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mit der einen scheiß Kacke gespielt habe. Ja, das ist jetzt auch dein Fehler. Wenn du mir dieselben Waffen ausfällst, in derselben Reihenfolge. Ja. Ja. Nee, es geht über ne gute Alicotfil. Dann weiß man zumindest, was man als nächstes hat. Vergiss das nicht schon wieder, weißt du? Yeah. Jo. Ah. Alter. Was denn? Das war Knappi. Nö. Sag ich ja. Ja, genau. Ja, nun. Du weißt, was ich ziemlich direkt wie Spawner. Schön. Habt ihr? Spaß. Nein, also ich schaue eher weniger. Doch, jetzt gerade auch. Jetzt gerade geht's ja wieder. Da ist jemand gleich gewonnen. Nö, nicht ganz. Ich brauche 16 Kills. Ja, du hast. Ja, fehlen noch 5. Ich habe 11. Und du hast 10. Alter, du scheiß Springtyp. Ja, ich hasse das. Ja, ich hoffe, mir das wistert. Scheiß Kugeln, ey. Geht auch. Diese scheiß Kugeln. Ja, ich meine, ist auch eine Taktik, ne? Einfach so taktischer Service-Mord. Ach, Junge, Konstantin. Fällt sich da oben hin und ballert nur noch für mich drauf. Das ist nicht Konstantin, das bin ich. Ich wurde von Konstantin gekillt. Es tut mir leid. Ja, von Konstantin, richtig. Ich habe euch beide gekillt gerade. Ach, du hast immer noch ihr Gatling. Ja. Ja, ja, ja. Habe ich gerade. Weil es mal ein Level 3 ist. Tschüss. Ich muss gerade darüber springen, doch. Was ist denn da zu? Zwei Schüsse, die ich abgefeuert habe von diesem Gatling. Hättest du mich am Leben gelassen? Diesen einen Schuss hätte ich noch. Die Waffe ist tot. Eben. Ich habe euch beide eben gekillt. Da wird man leicht verwirrt dann, ne? Der hätte mich nicht gekillt gerechnet, hätte Simon mich nicht verdammt nochmal abgelegt. Das klingt lustig. Hm. Na. Ich habe Suizid kommentiert. Mhm. Du hast Suizid kommentiert mit HIE! Er ist nicht GLP. Na. Böse. Hier, HIPF. Komm, nochmal HIPF. Ja, Fuyu. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. So, hast du wieder deckst? Oh, ja, genau. Ja, das war ein easy kill. Du hast schon zwei Granaten abgekriegt. Hm. Ich habe ihn nur aus den Augen verloren. Das war das Blöde. LOL. Das war von hinten. Kann ich die Waffe mal töten? Halt uns ehrlich, was ist denn für eine Kacke? Ah, ich hasse die Waffe. Warum hast du dich dann ausgewählt? Mehr als alles andere. Ja, weil es nur vier gibt. Äh, nur fünf gibt. Ja, eine kannst du nicht auswählen. Ja, eben. Ach ja, du mich auch. Nein, Simon. Doch. Ja, hat Simon jetzt gewonnen. Ja, komm, aber recht knapp. Ich habe dich auch nicht gesehen. Wo warst du? Rechts schräg hinter dir. Ja, recht knapp. So knapp auch wieder nicht. Weitest knapp als die letzten Matches. Aber anscheinend lag durch ein Hitze. Denn momentan läuft es ja bei dir. Noch eine Runde? Ja, gerne. Hm? Können wir machen. Aber Simon ist jeder Beste. Das ist eigentlich, ich mache keinen Spaß. Erstmal weitermampfen. Ey, mit Melanie hat das keinen Spaß gemacht, ja? Ja, ja, es ist einfach nur... Gegen Simon spiele ich nicht gern, weil ich mag ihm seine Taktiken einfach nicht. Sie sind zwar effektiv, das stimmt. Dieses Rumhäpfen, ja. Nee, das Rumhäpfen ist es nicht mal. Das ist einfach immer hinter irgendwem sein. Ja. Obwohl man sich umguckt. Also würdest du weitermachen oder nicht? Ja, also ich mache weiter und ich habe auch schon eine neue Lobby aufgemacht. Achso, man kann die Lobby nicht weiterspielen, das wusste ich nicht. Ja. Ja, das hättest du mir sagen müssen vielleicht. Ich dachte, es ist dir bei den letzten drei Matches aufgefallen. Gut, stimmt, du. Ja, ich habe nichts gesagt. Danke. Ich weiß nichts von irgendwelchen letzten drei Matches. So, und für euch habe ich meine Waffen jetzt komplett umstrukturiert. Na, ganz andere Reihenfolge. Was ich nicht beklagen kann. Hier, halt, ne, die Glocke. Die Glocke, die Glocke. Glocke, achso, die Glocke. Von hinten, von hinten. Falscher Kontext. Der richtigste Kontext. Der Original-Kontext, nämlich. Aber es gibt so schön viele Musikstücke. Au. Ja, danke. Simulation, zack, tot. Achso, du warst noch am Spawn. Du stand da schon. Ich habe gedacht, wir spawnen alle gleichzeitig. Dachte ich eigentlich auch. Deswegen haben wir ja vorher diesen kurzen Spectator-Mode. Ich stand da doch, ganz kurz. Einfach. Ich bin aber nicht hinter dir. Bada-bada-bam. Bada-bam, bada-bam. Bäh. Bäh. Da haben wir auch beide auf den geballert, glaube ich. Oh, ein gelbes Etwas. Kann gut sein. Hm, wir haben beide auf das gelbe Etwas geballert. Nee, ich bin das grüne Etwas. Ich bin immer das grüne Etwas. Du bist das gelbe Etwas, glaube ich. Auf das ich da gerade die ganze Zeit schieße. Wer ist jetzt gelb? Du. Achso, ich bin gelb. Okay. Ja, weil ihr alle 300-Fälle gejoint habt. Achso. Ich bin rot. Das siehst du an deinen Fingern unten. Ah ja. Je nach Waffe. Am Roboterarm. Hi. Ah. Fisch. Delfin. Brochen. Was? Achso, ich hab das kackt, Kind. Nein, bin ich nicht. Ich weiß einfach, wie ich meinen Grenadewerfer benutzen muss. Ja, ich auch. Wie heißt das, das rumgespringen? Oh mein Gott. Ich weiß es. Ich weiß nicht, weil ich bin hier rumgespringen. Dann springe ich halt jetzt bin hier rum. So. Was ist das Problem? Wie vor, Floppy died noch mehr. Erstmal ja. Also, momentan stimmt's. Ich hab vielleicht noch mehr. Krieg ich es gepackt. Lol. Mhm. War es Suicide? Ja, aber hab ich nicht gegen dich geschossen? Äh, eigentlich schon. Aber ich hab keinen Schaden genommen aus irgendwelchen Gründen. Bitte. Was ist das jetzt? Hi. Oh. Simon. Ja? Ich hoffe, mein Advantage zu taken. Hör mal. Ich spring schon nicht mehr. Einfach kann ich es euch nicht machen. Ja, spring halt wieder. Ist mir scheißegal. Mich hat es nicht groß gestört. Spring wieder. Dann weiß man zumindest, ah, es ist Simon. Also, wer fand ich Bannis als Gelb und wer ist Rot? Äh, Grün und Rot. Ich bin Rot. Ich bin immer Grün, weil ich immer der Erste bin. Weil ich die Lobbys mache. Das heißt, Rot umbringen, Grün einfach nur töten. Was für Farben gibt es noch, ist die Frage. Wahrscheinlich Blau. Das weiß man nicht. Er ist möglicherweise Blau. Rot umbringen, Grün einfach nur vernichten. Ich hab was gesagt, Rot umbringen, Grün einfach nur töten. Ich fühle mich umgebracht. Ich glaube, ich war auf dir. Wie geht das denn? Wir können aufeinanderspringen, das geht. Ich bin auf deinem Kopf. Eigentlich jetzt so gar nicht mit gerechnet, aber anscheinend. Du, ich hab's selber nicht gecheckt. Dann bin ich direkt da unten geschossen. Aha. Aber das ist asozial. Die Schüsse sind da einfach abgeprallt. An der Kante. Hm. Ciao. Das waren die Schüsse, die noch im Tunnel drin waren, vor allem, die dich getötet haben. Ja, ich weiß. Er hat nur nicht gedacht, dass die jetzt so lange noch halten. Ich hab eher gedacht, dass ich dafür einen Kick kriege, weil ich auch die ganze Zeit auf die immer geballert habe, aber nein. Ach, die werden schon älter. Schnürfe. Weißt du, man guckt sich die ganze Zeit um und trotzdem ist er hinter einem. Du hast recht, Corby. Du hast recht recht. Das war jetzt ich, nicht ich. Ich weiß. Obwohl ich's auch gesehen hab, tatsächlich. Fuhu. Das Game, ey. Das Game, indeed. Besser als TSG. Aber was von. Alter, ist immer hinter einem irgendwer. Wenn einen beschießt, ist der andere hinter einem. Ja, ich hab mich runterfallen sehen, da bin ich hinterhergehebt. Tut mir das. Tut mir sorry. Tut mir sorry. Ich hab nur runtergehüpft, weil ich den Drecksack gesehen habe. Also wie, glaub ich, ich hab's für schlauer achtet, jetzt die Gatling mitzunehmen? Ich weiß es nicht mehr. Die ist scheiß. Wahrscheinlich, weil wir sind da jetzt die Shot. Ich mag die Shot. Ich kann mit der Shot nicht umgehen. Hi. Die Shot ist unpraktisch, ja, aber ich mag die eigentlich. Okay. Jo. Das war Klärchen. Alles klar, alles klar. Aber ja, alles gut. Jetzt stirbst du wohl mal. Danke. Jetzt stirbst du wohl mal. Danke. Jetzt stirbst du wohl mal. Danke. Du kannst es umstellen auf 101 Grad. Kann ich? Moment. Nix. Weg. Dann jetzt. Resume. 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 Danke. Hab ich mir nicht nehmen lassen, jetzt. Unfair. Ich war im Optionsmenü. Das Fehlerfue gerade um einen Grad höher gestellt. Muss ich besser verstecken dafür. Das ist sowieso, ne? Mein Fehlerfue ist ein Prozentig kleiner als deins. Warum bin ich trotzdem so viel besser als du? Ich meine, es ist auf 90, also. Okay. Gut, das ist dann. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das mal umstellen. Möglicherweise? Möglicherweise, auf jeden Fall. So, aber ich sehe, wir sind wieder halbwegs gleich auf. Ich bin nicht der Erste, also springe ich wieder. Diese Schüsse verraten dich. Ist mir egal. Sauerfeuer hoch. Das war ein Doublekill, obwohl ich fast tot war. Ja. Nee, klar, weil ich hier den Rücken gekehrt habe und ganz einfach abgelenkt war. War mein Rücken so dreikig? Vielen Dank. Ja, wirklich. Das ist mal so, Affe, was erwartest du eigentlich? Aber nach, dass du mir den Rücken gekehrt hast. Du weißt, was ich sagen wollte. Ich weiß. Rücken gesheert, rücken geteilt. Was? Es war doof, durch den kleinen Gang zu gehen. Von dir! Ja, genau. Ach ja. Gorilla Warfare. Was ist, dominiere ich hier gerade irgendwie? Ja, anscheinend. Okay. Gorilla Kampf Sphäre. Also, wenn Konst dich nicht gekillt hat eine Weile, ist das gut möglich. Ja. Bei wen habe ich denn eine Weile dann... Du hast alle eine Weile dann gekillt. Nein, pumpte ich halt nach. Deswegen. Weißt du was? Ich habe vor, das zu ändern. Ach was. Ich dachte, im Spiel geht es für dich darum zu verlieren. Dream big und so, ne? Eigentlich, ja. Dream big. Ich habe es gesehen. Geht so, dass ich einfach trotzdem gar nicht sehe. Meistens so teilweise drei Minuten lang oder so. Mhm. Obwohl ich eigentlich hier gerade sehr obviös rumrenne, aber okay. Ja, ich auch. Ah, da unten war irgendwas. Wuihuhu. Wuihuhu? Wuihuhu. Wuihuhu. Hu. Hu 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 hu. Wow. Alter. Da habe ich... Da habe ich wen gesehen. Ah nein, nicht der Busch. Der Busch ist böse. Nein, böse ist der Busch. Schön. Scheiße. Nein. Nicht. Ich treffe hier gerade damit nicht, weil... Ich auch nicht. Ich habe die Seite im Langrenz. Ich habe die Seite im Langrenz. Ich bin total tot. Oso, ihr seid ja gerade. Ich bin eben Busch. Bösen. Ach, da. Was? Springen da hin? Kann ich nicht. Die Kameras verraten, wo man ist. Das ist... Mhm. Hängen immer dahin, wo die Leute sind. Ja, der Kobi dominiert so ganz leicht. Zehn Kills gegen sechs. Weißt du, du solltest vielleicht... Nichts machen, einfach um Corby zu killen, ja? Das war ein Assi-Kill! Aber sowas von Assi-Kill! Von wegen mitmacht! Habt ihr Vertrauen, ich dachte, wird deine Allianz! Hier, witch war es euch beiden! Ja, dann ist trotzdem hinter mir, ja! Und ihr habt beide... Wir haben mich trotzdem wieder getötet. Wir haben Kill-Austausch noch gemacht, irgendwie. Und ich sitz hinten dran mit der Shotgun und treff einfach nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so schlecht mit der Waffe, aber ich treff grad gar nicht. Okay. Wir müssen den Gelbling vernichten. Jo. Ja, nein! Oder er vernichtet mich! Puff, puff, puff! Scheiße, der war schlecht! Ich muss den Gelbling vernichten! Ich komm in die Ecke! BAH! 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 Ja! Wahrscheinlich! Possibly! Warum trifft der aufgeladene Schuss nie? Warum gehst du jetzt auch noch auf mich? Weil du gelb aussahst! Sorry, deine Waffe hat gestört! Ich war so ein bisschen gelb, ne? Ja, wirklich! Deine Waffe sah gelb aus! Du sahst generell gelb aus, ja! Ja! Ach ja, Junge! Jetzt ist aber echt vorbei hier im Leben! Naja, wenigstens hab ich jetzt die Waffe! Aha! Naja! Ich seh's! Ich kann mir nicht vorstellen, warum du das sehen willst! Vielleicht gesagt, was ich sehen will! Ich sehe es einfach! Und praktisch, dass die anderen Leute das Aufladen von der scheiß Waffe hören! Und sie nicht, nein? Doch, tun wir! Hast du doch schon wieder, Konstantin? Ja! Doch nicht? Ach, keine Ahnung! Ja, Junge, dann meld dich! Deine Waffe überdeckt eine Farbe irgendwie! Siehst du gelb aus? Das Rohr ist ziemlich dunkel! Sorry! Wie gesagt, meld dich dann... Hm! Hilfe! Da oben ist er! Da oben gammelt er rum! Hast du ihn, oder? Nein, ich hab' ihn nicht! Okay! Wo ist er hin? Entfleucht ist er mir! So, das ist jetzt ja... Ja, das war ich! Jetzt hab' ich's auch gesehen! Ei! Oh, das warst du! Scheiße! Das hat man nicht gesehen in dem scheiß grünen Feld! Na? Also die Farben sind aber schwierig! Ja, in dem grünen Geblumper auf jeden Fall! Ja, in dem grünen Geblumper auf jeden Fall! Oh, das warst du! Vielleicht geht's einfach gerade beide gegen mich! Das find' ich einfach assig! Ja, das ist Robi! Das bist wieder du! Hallo! Du hast drei Punkte mehr als wir! Achso, ne? Ist das du? Wer ist wer?! Wer ist wer?! Hier drin! Einfach reinballern! Was hat beide da drin?! Okay, oder ihn einfach suicide lassen! Hi! Achso, das bist du! Okay, sorry! Vogel! Ey, sorry! Ey! Vogel! Ja! 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 Hat sich das... Hat sich die Farbe geändert hier unten? So ganz schön kennt man die Matt ein bisschen irgendwie aus. Ja! Man weiß an welcher Ecke man ist und so. Ja! Ja, das schon, aber... Ich glaub eigentlich auch nur die Wege, die aussehen als wären's Wege. Das bist du! Das bist du! Das bin ich! Das bin ich! Ja, 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 ja. Aber das da unten ist nicht. Das hier ist Robi. Ah, da! Ist weg! Das korre das war, Corby! Achso, ja. Du hast ihn schon. Er sah noch lebendig aus. Okay, gut. Ja, das haben Leichens aber so an sich, wenn sie auf der Treppe liegen. Oh, da oben war er. Ist er runtergefallen? Ist er runtergehüpft? Ich glaub ja... Wir einfach uns verbünden gerade. Das ist schon fies. Ey, gar nicht! Vor allem... Ach, da ist er! Ich hab... Ich seh ihn. Er ist unten im Tunnel. Ah! Warum hätt ich immer gekillt? Weil du scheiße bist! Hilfe! Hilfe! Ah! Okay! So viel dazu! Ah! Das war scheiße! Das war richtig kacke! Das war ja so. Ja! Das ist ja gar nicht wirklich. Das war ja nicht so lange. Ich kann's mir nicht vorstellen. Aber das muss ja gut sein. Ne, du! Ja, du! Das ist ein bisschen geübt! Das ist nicht wirklich stärker. Das ist nicht lauter als mein CPU-Kühler. Okay. Mach direkt ein neues Ding hinaus. Jaaaa, ne? Andere Waffenreihenfolge. Jupp, andere Waffenreihenfolge indeed. Eine letzte Runde noch. Ja, dann kann man machen. Oh, er hat einen Ping. Sehe ich zum ersten Mal, als jemand einen Ping hat. Ja, sehe ich auch. Wer? Du. Korbi, 136. Für mich selber habe ich einen Ping von 246. Wow, okay. Oh, ich fliege. Ah. Oh, ich falle. Oh, Hilfe. Du bist also gelb. Hallo gelb. Was immer der Mauszeiger noch angezeigt wird am Anfang. Yay, Klasslausch. Ich hab grad einfach nicht geschossen. Obwohl ich zweimal auf die Klasse gedrückt habe, hat er nicht geschossen. Meine Finger sind flüttelig. Flüttelig. Welche Power bist du? Nein, nicht flüttelig. Flüttelig. Also wenn du gelb bist und ich wie immer grün, dann ist Konstantin rot. Ich bin rot. Okay. Ganz rot. wie responsabiliert. Rot wie blöd. B., Kaffendaut. Äh. Blödst du das noch mal was. Weiß ich nicht. Du treffst mich nicht. Ich treff dich nicht. Ich treffe dich eher als du mich, weil ich mehr in die Luft bin und du mit deinen Granaten halt nicht. Ah, okay. Haben Sie was gesagt? Mehr in der Luft zündbar Voice. Weil ich dann wahrscheinlich dranbeite, dass man die Granaten in die Luft zünden kann, hm? Nee, ich zünde die nie. Okay. Ich lasse sie einfach auftreffen. Wie zünden? Du kannst die Granaten fernzünden, indem du nochmal aufschießen klickst, bevor sie gelandet ist. Aber eigentlich schießt du damit meistens schon eine neue Granate, das ist es eben. Mh, eben. Ja, ne? Wenn sie dann nicht schon explodiert ist. Es geht, ja. Ich hab's gerade mitgekriegt. Die fliegen sowieso nicht allzu weit, von daher. Eben. Hein! Hier, wie seid ihr denn da? Na, wo bist du denn? Also, den Granatenwerfer habe ich kennen und lieben gelernt. Ich merk's. Also kennen und mögen, sagen wir so. Ich liebe dich, Granatenwerfer! Heirate mich! Njaaaa! Nununununu! Ey, ich höre schon wieder Schüsse und sehe euch nicht. Unten im Tunnel. Unten im Tunnel? Das hört sich einfach an wie ganz am Rand von der Map. Wir waren unten im Tunnel. Der Nächste, der mich mit einem Wartebausch abwirft, hat einen Kill. Wartebausch. Actually. As I said, ich war eigentlich schon tot. Ich habe meine eigene Lebensbahn nicht mehr gesehen. Ich habe übrigens noch gar nichts getan. Ich bin nicht gestorben und habe keinen Kill. Ich habe es gemerkt, ja? Was tust du denn? Ich finde euch nicht. Ihr kriegt immer neue Gegenseitig. Ich weiß nicht, was ihr macht alle. Hi. Ich suche die ganze Zeit. Ja, Hilfe. Wenn ich mal jemanden sehe, dann sieht die Person vorher mich. Und ich sie nicht. Ah, jetzt habe ich aber jemanden mal gesehen. Und jetzt sehe ich schon wieder nicht mehr. Ach doch, hi. Ah, ich komme mit der Zwischenzeit. Nice. Nicht nice. Das war auf jeden Fall. Hey, nicht nice, einfach nur ehrenlos. Geniös war das. Ah, ja. Oh, das hat schon gereicht. Nice. Ja, nur, ne, Korbi. Ja. Kann ich sagen, dass wir beide so ziemlich die selbe, wie alle eigentlich so ziemlich die selbe Waffenreinfolge haben? Nein. Weil bei mir ist die Scheiße immer noch die erste. Stimmt. Ja, war bei mir auch die erste. Bei mir ist das zu zweis. Fuiu. Fuiu ma. Ja. Ja, jemand hat da eine Zweitwaffe? Ja. Oh. Freiße. Hört das, tut's auch. Banner. Der Penner mit seinen scheiß blauen Pünktchen schon wieder, ey. Wie, diese kleinen... Muren und Punkte mich facken. Ich glaube, das ist der Sinn da dran, ja. LOL. Kill-Austausch. Kill-Austausch. Und ich krieg nichts davon ab, ooooh. Ne, du bist doch ein Arschloch. Hast du auch nicht verdient. Wie wir grad erst da hinten gesagt haben. Wieso, ich bin ganz ehrlich und offen von hinten eigentlich reingekommen. Beziehungsweise von hinten von einer Person und von vorne von einer anderen Person. Du wärst mit... weniger Glocken. Ja, die hab ich ausgeschaltet, also dürft ihr sich nicht anlocken. Wir reden auch weniger von Locken als von Glocken. Bitte... Oh, ich brauch echt so ein kleines Soundboard hier, wo ich so scheiß einspielen kann. Bitte nicht. Die Dinger sind unbeschreiblich nörfig. Bitte doch. Ein Tisch muss rein. Ein Tisch muss rein. Nicht ein Tisch. Was dann? Ein Tisch. Ein Kdümmtsch. Kdümmtisch. Ja, Tusch, nicht Tisch. Tisch. Nee, das ist ein Tisch. Für mich ist das ein Tisch. Du bist auch so ein Tisch, du. Ich brüsch dir eine. Verdammte Kacke. Nein, Simon. Doch. Okay. Aber sicher, ey. Weißt du? Sieht man den? Er fällt um. Scheiße, er ist hinter mir. Ey. Warum krieg ich gerade nix hin? Kannst du mir das erklären? Du scheiße bist. Hi. Leel. Was? Ach, Menno. Ach, das ist die Waffe in engen Gängen natürlich. Ja, ne? In engen Gängen bringt es die Waffe übertrieben. Au. Im freien Feld bringt es was, nur zielen zu können. Lol. Ach so, da steht wieder jemand in nem scheiß Heilfeld drin. Stand. Nicht mich. Nein. Ich versteck mich. Schlecht versteckst du dich. Ne, ich fand das gut. Ah, nicht ganz so sehr. Okay. Ah. Da ist er wieder in der Nähe gespawnt. Ne, bin ich nicht. Ich war die ganze Zeit schon da. Ja, hab ich gar kein Konto hingekillt, okay. Ne. Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die schon seit 10 Sekunden oder so beschossen hab. Leel, Hilfe. Stopp ignoring me, please. Senpai. Wir schießen und treffen nicht. Ich treffe nicht, er trifft schon. Aber sehr spät. Ja. Ja, einfach beide. Schon wieder. Schon wieder, ey, again. Aber Simon hat mich mitgehittet, weniger dich. Und beide auf mich knissen. Ich fokussiere auf keine Farbe. Ich schieße einfach, wenn ich was sehe. Ja, ich auch nicht. Ich habe dich halt zuerst gesehen, ne? Naja, genau. Hätte ich es auch gesagt. Ja, ist auch so, oder? Auf einer Standseite, ja. Das ist sogar möglich, ja. Wahrscheinlich. Woher auch immer. Auch da ganz hinten. Ey, der Sound, in diesem Spiel ist echt nicht für, äh, so geile Surround Cup-Führer gemacht, ne? Ja, wenn es ein geiles Surround Cup-Führer sind, ne? Fuh. Ich nicht dafür gemacht. Dass ich dich kacke. Ey. Buh. Von hinten gekommen. Ja, ich bin einmal aus dem Tunnel- entlang gerannt. Hätte ich gedacht, dass du so intelligent bist, das zu tun. Fuh, juhu. Ich bin nur recht simpler KI gewöhnt. So System Shop-Style. Oh nein, nicht so satt. Anscheinend doch so ist es halt. Ja, aber das... will nicht. Woher immer diese Bäume? Man läuft ein bisschen seitlich und dann steht das in den Scheiß-Bahn. Ei. Ach, fick dich. Ist er weggehüpft, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Wölf wäre doch kein Affe hier, oder? Denk du das mal. Oh, mein Auge juckt. Ich kann nicht hingreifen, weil... Kratzen einfach. ... ich töten muss. Einfach kratzen. Ah. Alter. Du bist... Du bist auch schlecht in diesem Spiel. Ich hab dreimal und copy fast viermal so viele Punkte wie du. Ja. Hast du was zu sagen? Ja. Hi. Schönen Tag, bist du zu sagen. Okay. Sag ich jetzt auch und sterbe. Oder auch nicht. Ja, und er kommt von hinten. Kann ich zumindest mein Auge scheiß nochmal kratzen, ey. Ah. Mein Auge kratzen. Ein Auge kratzen hört sich schlecht. Auskratzen einfach. Kratzen. Auge purring. Ey, bei Simon, ne? Musst du immer echt nach oben zielen eigentlich, wenn der kommt. Nö, du musst einfach nur zielen. Wechsack. Yo. Der Tod kommt von oben. Der Tod kommt von vorne. Immer. Hab ich so wenig lebt? Boah, ey. Ne, die Bubbelwaffe macht ziemlich viel Schaden. Ich hab dir so ne Bubbel ins Face gedrückt. Das. Au. Ey, ihr habt jetzt gerade ziemlich gute Waffen gegen diesen Scheiß. Das hört sich immer an, als wäre das direkt hinter einem. Und dieses Mal war's direkt hinter mir. Verdammt. Ja, war. Das geht gefahren. Ich war direkt vor ihm eigentlich. Nein, ganz nicht vor mir gewesen, sondern vor mir war ein Abgrund. Und... Warum hat dich das nicht gekillt? Weil du zu weit hochgeguckt hast. Ich hab an die Seite geguckt und gegen die Wand geschossen und die Kugeln dran abprallen. Ja, hm, ne? Was ist das? Das war nicht ich. Bei Koi musst du auf den Körper ziehen, nicht drüber. Diese Kugeln prallen aber auch echt nicht berechenbar ab teilweise. Richtig. Ich weiche ja auch nicht aus. Was heißt das, war das für den Nieder so ein Kill-Austausch oder war das ein Self-Kill bei mir? Das war ein Suicide. Okay, nice. Wie schaffe ich das immer? Gar nicht. Ich hab mich gesuicide versehentlich. Achso. Ich kann halt ein Explosions-Ratius haben. Okay, okay. Ähm, wow. Self-Kill ist so ein beschissenes Wort da eigentlich. Ups. Nice. Wie hab ich das geschafft? Hi. Und wieder. Um mich self-zukillen. Ich dachte, ich seh schon was. Ey, was ist das? Schon wieder, ja, ey. Ach, nee. Das wird nix mehr heute. Ja, mit dir nicht. Nee, es wird gerade, es läuft schlechter, sieht man ja. Nicht schlechter ist letzte Runde, aber das ist auch schwer. Doch, es ist noch schlechter, schlechter als jetzt gerade eben die Runde. Noch schlechter. Noch schlechter. Noch schlechter. Siehst du, ich kann nicht mehr mehr reden deswegen. Ja, so wie du zu, du wachst auf, ne? Ja, wie gesagt, wenn ich aufwache, kann ich jetzt nicht mehr. Kann ich nicht mehr zocken. Ja, wo muss man am besten im Halbschleif sein? Echt? Hm, nö. Doch, eigentlich schon. Für so Ego-Shooter-Sachen doch. Irgendwas mit Story sollte man wach sein. Für Borderlands zum Beispiel sollte man eventuell noch wach sein. Ja, zum Beispiel. Also wenn man so ein Mega-Ego-Shooter... Vor allem, ich renne die ganze Zeit hinterher, balle die ganze Zeit mit der Schrot auf dich, du ignorierst mich komplett. Wenn du Scheiße hier spielst, dann sollte man vielleicht eventuell... Nicht Konstantin. Ich meinte aber Konstantin. Bin aber nicht Konstantin. Ich weiß. Die Daffe ist scheiße. Warum nehm ich die? Weiß ich doch nicht. Egal, das ist gleich sowieso vorbei. Weil Corby... Hab ja gar nicht zwei Gatlings. Ja. Gatling Fight. Jetzt ist der Tore Gatling Fight. Ich spring einfach rein. BAM! Ja, alles ab und... Jetzt komm ich wieder auf. Scheiße, doch nicht. Ja. Hm, was, was, was war's? Das war's, okay. Schiff rein. BAM! Tju. Die Tode waren recht ausgeglichen. Halbwegs, ja. Überhitzende Dreckswaffen. Hehehehe. Und du hast jetzt auch gerade drei Jahre damit geschossen, am Stück. Ja, ja. Gott, weh. Ja. So. Reicht aber jetzt. Jo, reicht. Er... 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 ... Er...